Herzlich Willkommen zu einem neuen Video von Heiligabend. Ich trade heute wieder mit Finmax und meinem großen Konto. 60 Sekunden, mein Start Trade beträgt hier 2000 Euro. Zuvor schaue ich mir wie immer die Wirtschaftsdaten an. Wir haben heute einen Feiertag und einige News, aber relativ wenig. Typisch für Heiligabend. Als nächstes suche ich mir einen Trade nach meinen Einstiegskriterien im Metatrader 5. Ich mache zwischen 2 und 5 Trades. Euer OS. Dollar, sieht ganz gut aus, hier steige ich, ein und gleich nochmal. Sehr schön, der Kurs steigt. Die Kurs steigt. Beide Trades sind deutlich im Gewinn. Perfekt. Ich wünsche allen ein schönes Weihnachtsfest. Nächste Woche geht es weiter am Montag. Ich werde sehen, dass ich nächste Woche noch ein paar, ein, zwei Videos mache. Bis dann, adios. Bis dann, adios. Bis dann, adios. Bis dann, adios.